Tierfutter für landwirtschaftliche Betriebe in der ganzen Region wird im Mischfutterwerk des Agrarhandels Weser-Ems in Altjürden produziert. Täglich liefern Lastwagen tonnenweise Getreide an, das in riesigen Silos zwischengelagert wird. Allein die vier großen Außensilos des Betriebes fassen jeweils 1600 Tonnen Getreide. Danach wird es in einer sogenannten Hammermühle zerkleinert und schließlich mit allen anderen Zutaten vermischt, um am Ende das Futter zu haben, das der Kunde bestellt hat. Der Standort der Industriemühle hat Tradition. Schon 1863 wurde dort eine Mühle gebaut und Getreide gemahlen, wenn auch in deutlich kleinerem Stil.